Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Casters, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Geil nach und weg, Jedi-Rider. Geil nach und weg und weg. Die Rates ist dagegen. Die Rates ist dagegen. gesehen, die Cal in dem Labor gefunden hat? Konnte nichts damit anfangen. Vielleicht passen ein paar Teile zusammen, wenn wir uns Deggans Zuflucht auf Kobo angesehen haben. Die Leute kommen nach Kobo, wenn Dinge kaputt sind. Nicht, um sie zu reparieren. Was ist mit dir, Grace? Falls das heißen soll, dass ich als kaputter Latero nach Kobo gekommen bin, liegst du falsch. Ich brauchte nur eine Pause von euch allen. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich! Okay. Laut Meister Cordovas Nachforschungen gibt es im Osten des Tals eine verlassene Siedlung. Sehen wir sie uns mal an. Du kennst dich auf Kobo aus, oder? Pass gut auf dich auf, ja? Auch wegen der Geräuschkulisse hier? Hallo zurück. Ich hab gehört, hier oben sammelt jemand Audio-Samples. Genau, Mann. Didi ist begeistert von den Rufen dieser Gleiter. Klingt großartig. Weißt du, Pailun Saloon unten im Außenposten braucht dringend etwas Live-Entertainment. Hm, vielleicht keine schlechte Idee. Didi schwört, dass ihn eine der Bestien schon schief angeschaut hat. Okay, einverstanden. Wir sehen uns im Außenposten. Man sieht sich. Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Ah, wieder normal. Geh. Geh. Bis zum nächsten Mal. Verdi. Die Br clausen sind tot. Verdi. 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 Oh Lass uns die Datendisks zu See bringen. Ruhig, Neko. Hoch! Na los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So kommen wir schneller voran. Jetzt! Komm! Ein Drängling! Ich, ich schiefe. Ich liebe meinen Schaden. Hier! Ich liebe meinen Schaden. Ich liebe meinen Schaden. Finesse! Lassen Sie sterben. Er öffnet das Wasserfeuer. Jetzt sind nur noch wir übrig. Jemand hat abgesperrt. Vielleicht finden wir einen anderen Zugang. Komm schon, Neko. Nun, nähe die... ...dauker sind. Ich muss den Packern schüttern. Ich kann nur noch die Handschuhe darauf ... Bein Ich. Das war doch also. Genau, meine Schaden. Ich würde dich nicht schützen. Also, Sie sind schickern. Das ist so, was Sie nicht schützen. Verwinden Sie keinen Sprech. Ich habe einen Schaden. Ist es so besser? Brava, Neko. Bleib einfach hier, ja? Und sei still. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge. Das war's für heute. Kumpel, Hilfe! Ich ziege dich! Werfe Granate! Eine Widerlage des Plieters! Halleluja! Das wird sie nicht auf Neben retten! Die geht von der anderen Seite auf. Was sagt der gute Freund-Ulidin von Sanitäts-Ulidin? Wir wünschen uns Stärke! Wir stellen die unsere in deinen Dienst! Du bist klug, dich mir anzuschließen. Sag deinen Abweichlern, dass ich keinen Platz für sie habe. Sie haben sich gegen mich gestellt, darum bleibt ihnen jetzt nur noch der Tod. Es gibt eine Warte! Echt! Halt mich hier! Halt mich, kampf' mir zu mind! Halt mich! Ich schaff! Halt mich! Halt mich! Halt mich! ianne, nein! Ich schätze, das ist eine Verfolgungsjagd. Werfe eine Granate. Gleiche Nahkampf angeweilt. Geht euer Kampfverein. Eröffnet das Feuer. Das wird ihn ausreißen. Schaden, die Nahkampf. Keine B2? Dann ist es jetzt an mir. Bruder, komm hier rauf und greif an. Ich könnte das mir gewinnen. Jetzt soll ich die Schlinge feuern. Du kommst hier nicht lebend weg. Du kommst hier nicht lebend weg. Ich werde dich hin. Ich werde dich hin. Nein! Hallo! Ich bin ein Fass. Ich bin ein Fass. Keine Motorfunktion mehr. Schaden her. Heile mich! Geht auf die Zeitsatzgebiete! Ich bin getroffen! Ist da drüben jemand? Hier ist jemand! Hoffentlich hab ich ihn getroffen! Der Gegner! Ich wünschte, ich hätte bessere Truppmitglieder! Versuch's noch mal! Spüre den Schmerz! Ich bin nicht noch mal! Das war bei dir! Mich kriegst du nicht! Ich initialisiere das korrekt! Es gibt kein Entkommen! Erledigt ihn! Ich werfe jetzt eine Granate! Ausweichen! Ausweichen! Erwärme! 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 Das ist die Verwärme! Erwärme! Erwärme! Okay. Erledigt den Eindringling. Ich schläge dich. Jetzt darf ich dich. Ich habe ein wahrer Angriff. Ich schläge dich nicht, blöd rum. Das hast du gespürt, was? Ich brauche Hilfe. Mensch, wirklich, ich werde dich ein töten. Oh, du bist tot. Du wirst nicht entkommen. Ich hab's so satt, dir nachzujagen. Wenn der Kampf beginnt, gehst du als Erster. Verstanden? In vorderster Reihe. Äh, aber ich bin der Commander. Ich sollte den Einsatz aus sicherer Entfernung leiten, oder? Hör zu, Blechdose. Ich werde mein Leben nicht so ein stigen... Vielen Dank.